Eins, Zwei, Drei. Katzi kommt herbei. Da-ding! Hallo und herzlich willkommen zur Katzen-Show. Heute geht es um Origami. Pieps, pieps, pieps! Also, was soll ich mit den Origami-Sachen machen? Du sollst sie bewerten. Also, ich fange mal mit der Maus an. Okay, sie riecht nicht wie eine Maus. Sieht aus wie Maus. Und schmeckt auch nicht wie eine Maus. Schlange, du siehst ein bisschen aus wie eine Schlange. Riechst nicht wie eine Schlange. Schmeckt auch nicht wie eine Schlange. Und, naja. Und nun zu dir, Kranich. Wie ich gesehen hast, kannst du flattern. Du siehst aus wie ein Kranich. Kannst Sachen machen wie ein Kranich. Riechst aber nicht wie ein Kranich. Und schmeckst auch nicht wie ein Kranich. Also, dann flatter mal weg.